Ja, erstmal herzlich willkommen zum Modern Koi-Blog. Und Sie haben es in der Überschrift schon gesehen. Eine Freakshow-Innenhälterung. Und ich musste wirklich lachen, als ich das gesehen habe. Und ich muss ehrlich sagen, der, der das betreibt, ist noch gar kein Koi-Liebhaber, sondern ist der Freund eines Koi-Liebhabers. Und ich war bei dem Koi-Liebhaber und dann war der Freund da und dann hat er mich gefragt, ob ich nicht mal seine Eigennachzuchten anschauen kann. Jetzt werden Sie sich wahrscheinlich fragen, wie kann der Eigennachzuchten haben, wenn er gar kein Koi-Liebhaber ist. Aber da ist im Prinzip genau das passiert bei seinem Freund im Teich. Haben die Fische letztes Jahr geleicht. Und dann hat er gesagt, Mensch, das wäre jetzt für mich die Möglichkeit, ins Koi-Hobby einzusteigen. Ich will mir jetzt erstmal keinen großen Teich bauen. Ich will mir keinen teuren Fischen kaufen, sondern ich will einfach mal in das Hobby reinschnuppern. Und dann hat er sich hier wirklich mit so einem, ich weiß nicht, da stellt man hier wahrscheinlich Sauerkraut her in der Vergangenheit, hat er sich so ein Krautfass reingestellt, hat sich irgendwie günstigst Filter gebaut, hat hier aus einer Regentonne, oh ja, sieht man auch, ist richtig schön belastet, aus einer Regentonne noch einen Filter gebaut. Hier eine Pumpe, mit der das Abwasser weggefördert wird. Da vorne liegt eine Steckdose, also wenn beim Füttern mal ein Fisch etwas mehr spritzt, dann hat man hier auch wahrscheinlich erstmal Nacht, bis man die Sicherung wieder reingedrückt hat. Und warum ich den Block jetzt aufzeichne, ich will da natürlich nicht jetzt mich darüber lustig machen, habe ich natürlich schon gemacht, aber das ist natürlich witzig gemeint. Hier macht einfach mal einer seiner ersten Footsteps, was die Koi-Haltung angeht. Und ich muss ehrlich sagen, wir hatten vor längerer Zeit mal die Zuschauerfrage in Modern Koi. Und da hieß es in Eigennachzuchten stabiler, also die, die in Deutschland geboren werden, als die Japan-Koi. Und da habe ich das mal erklärt, wie das mit der Genetik ist, dass wir in Japan einfach eine künstliche Selektion haben, weil die Koi-Farmer darauf aufpassen, dass die schönsten Fische überleben und da nicht unbedingt immer die genetisch stabilsten, die physiologisch stabilsten Tiere weiterkommen, sondern dass es da eigentlich eine künstliche Geschichte ist und dass die Eigennachzuchten den Vorteil haben, dass wenn die im Teich geboren sind, dann überleben da in der Regel die Stärksten. Und jetzt ist es mal interessant zu sehen, eine völlig unselektierte Masse. Ich sage mal, das sind mindestens 50 Koi. Und ich gucke jetzt, dass ich Ihnen das möglichst gut zeige. Und ich muss Ihnen ehrlich sagen, ich bin gerade fürchterlich erschrocken und ich muss ja jetzt davon ausgehen, dass in dem Teich des Kunden, da sind auch von ganz vielen Züchtern sind da Fische drin, also nicht nur Konishi, dass da jetzt nicht gerade sich zwei Geschwister getroffen haben, kann auch gar nicht sein. Dafür haben wir zu viele Varietäten. Und ich muss Ihnen sagen, ich bin echt erschrocken, als ich gesehen habe hier, wie viele Missbildungen es da gibt. Achten Sie einmal auf den Ginrimbenigoi, der klappt die Kiemendeckel komplett nach vorne. Wir haben etliche Tumorkoi und das bei einjährigen Fischen. Wir haben Körpermissbildung, wir haben schiefstehende Köpfe. Also ich will es jetzt mal auf 50% der Koi beziffern, die hier wirklich so sind, dass man sagt, das sind Fehlbildungen. Ich weiß nicht, wie hoch jetzt der Anteil des natürlichen Karpfen ist, wenn die Laichen, ob da auch so viele Fehlbildungen, Missbildungen zustande kommen. Aber interessant ist es für mich und für Sie vielleicht auch, einfach mal zu sehen, was passiert mit einem Laich, der überhaupt nicht selektiert wird, wo man sich einfach 50 Fische nimmt und die in die Obhut des Menschen gibt, dass man ihnen also die natürlichen Feinde wegnimmt und dann sagt, und jetzt schauen wir mal, was da raus wird. So, jetzt hoffe ich, dass ich Ihnen das auf dem Bild gut rüberbringen kann. Schauen Sie mal, der Yamabuki hat einen krummen Kopf. Ich kann hier das Leiter nicht weiter aufmachen, doch. Warten Sie auf, jetzt mache ich meine ganze Kamera da rein. Ich hoffe, dass ich Sie nicht eintauche. So, der Yamabuki hat einen krummen Kopf. Dann sind Sie natürlich... Ja, hier ist der Benigoi. Schauen Sie mal, der Gimrin, wo jetzt gerade nach rechts weggeschwommen ist, komplett abstehende Kienendeckel. Hier vorne ist einer, der ist komplett verschrumpelt. Der Gimrin, der da schwimmt, hat einen Tumor. So, wir haben hier unten Tumor. Sehen Sie das? So, und wenn Sie jetzt einfach mal sich das eine Weile anschauen, dann werden Sie sehen, dass der bald an jedem Fisch, also zumindest an jedem Zerl, auch der Teuzier, jetzt in der Mitte hat einen krummen Kopf, dass der bald an jedem Koi irgendetwas dran ist. Auch hier jetzt, der eine hat komplett abstehende Kienendeckel, der da unten hat Tumor, der wo jetzt nach rechts weggeschwimmt. Also gerade die Tumoranzahl, muss ich Ihnen sagen, die erschreckt mich hier gerade. Die liegt bei, also 4, 5 sind es mit Sicherheit, die einen Tumor haben. Die liegt hier bei sicherlich 10%. Und wie gesagt, wir müssen da eigentlich davon ausgehen, dass der Verwandtschaftsgrad gar nicht so eng ist, der Koi untereinander, sondern dass der zumindest vom Verwandtschaftsgrad her eher weit entfernte Koi sich miteinander verpaart haben. Aber die Problematik, die hier zum Greifen kommt, ist, dass man wirklich vollkommen unselektiert, also weder nach Schönheit noch nach Gesundheitsaspekten, also komplett einfach die 50 Koi, die einem gerade in Keschel kam, dass man die aufgezogen hat. Also, das hat mich einfach mal interessiert. Ich denke, es ist auch für Sie interessant, dass die Inhalterung ein bisschen überbesetzt ist mittlerweile. Das muss man wahrscheinlich nicht separat erwähnen. Das sieht man. Und auch die Filter sind, wenn Sie da mal reinschauen, das ist eher schmutzig. Auch die sind eher überbelastet. Hier haben wir noch einen Oase-Filter. Den trauen wir uns jetzt auch noch kurz aufzumachen. Der Screen-Matic ist das, glaube ich. Und der sieht aber noch recht sauber aus. UV-Lampe ist dran. Und man muss zumindest sagen, die Koi leiden jetzt nicht an bakteriellen Infektionen oder so. Aber ich würde sagen, diese Inhalterung ist uns dreifache überbesetzt. Die würde ich zügig ausdunnen. Mal Tierarzt kommen lassen, der dann all die, die wahrscheinlich ohnehin sich gerade sehr schwer tun mit den Tumoren, dass man die vielleicht dann von ihrem Leid befreit. So, in diesem Sinne, eine Inhalterung Freakshow. Einfach mal jemand, der sich an das Koi-Hobby anpirschen möchte, um zu schauen, ob es seins ist und sich vielleicht auch den einen oder anderen Fisch jetzt schon selber groß macht, der dann vielleicht später in einem eigenen Teich zum Schwimmen kommt. In diesem Sinne, vielen Dank für Ihr Interesse, machen Sie es gut und bis zum nächsten Block. Bis zum nächsten Block.